jo leute doch startet doch einfach mal die aufnahme ich begrüße euch alle recht herzlich zu der review des fünften tages von hero zero video folgt kann man gleich rausnehmen da kommt gleich der video link rein speichern wir das ganze das ist der homerunner das idol für marx mustermann am fünften tag level 68 ziert sein gesicht null energie hat er jetzt noch 69 wäre eventuell drin gewesen ich habe nämlich zwei energie hellen taten allerdings ist bei mir die motivation gerade ziemlich am boden was das leveling momentan angeht von daher wird jetzt nichts mit leveling mehr passieren weiterhin schreibt hier gerade ein brasilianer bei uns im chat sehr interessant so gehen wir doch mal gucken habe schon sortiert stufe 100 ist der höchste entschuldigung geworden kommt von diesem ahoi brause krempel hier das produziert kohlensäure tut mir leid und ist der erste level 100 der jetzt zum stand am 24 3 22 19 97 94 90 und dann geht es runter was wir da so haben natürlich die vollen teams und ich schätze mal ausbau technisch wird ultra chat die heute den voll ausbau schaffen oder spätestens morgen und house of heroes und instinkt sind jeweils auch sehr gut dabei house of heroes hat sogar einen platz frei ja instinkt ist auch ganz gut dabei hier wie man sieht und reborn bei feld müsste eigentlich auch ganz gut dabei sein ja die sind doch gar nicht so schlecht ja unser team ist auch gar nicht so schlecht dabei wir sind momentan platz 24 im ausbau und platz 16 der ehren nach und wenn wir mal sortieren gibt es ja über 100 teams haben wir mehr als 126 sind es dann trotzdem nicht ehrenmäßig auf dem ersten platz auch hier ein ultra chat die der zur cotton candy und dahinter dann auch der maulwurf und dann pf easy und so weiter und so fort alle in der champion liga unterwegs bis auf der feierball der ist noch gold 1 und supari ist tatsächlich auch schon der champion liga angekommen herzlichen glückwunsch dafür meine wenigkeit ist tatsächlich in der gold drei liga hier unten auf platz 94 und eine stufe auf platz 95 könnte ich noch hoch pushen bis auf platz 84 weiter komme ich aber leider nicht sondern setzte habe ich hier jetzt noch mal die chance aber mit dem donut euch zu zeigen wie wie das geht und hey da holen wir uns mal die helden tat ab 15.000 xp und uns mal einfach mal level 69 leute 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 gerade noch drüber gesprochen level 69 ist also doch noch möglich gewesen für mich heute so 69 zack klasse 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 spezialmodus und hier könnte ich sogar den jetzt besiegen noch ups das hatte ich so ein gefühl dass das nichts wird 34 donuts habe ich noch zu ostern jetzt in der woche wird auf jeden fall noch ein event kommen wie ich hier so kenne und da gibt es auch noch mal donuts da werde ich noch mal ein paket kaufen noch ein bisschen ins team spenden so die plus 100 die man bekommt so 100 200 300 stück mal gucken was man so spenden kann mehr wird dann von mir auch nicht kommen weil ich meinen teil bloß leisten werde wie alle anderen wahrscheinlich auch die nicht leisten werden naja gucken wir mal wie weit das da funktioniert das war es auch schon wieder von mir vergesst nicht ganz wichtig heute um zwei uhr nachts also am sonntag quasi morgen für mich ist es noch heute irgendwie ist es aber trotzdem morgen wird die uhr eine stunde nach vorne gestellt das heißt die stunde von zwei wird direkt auf den drei gestellt das heißt alles um zwei bis zum drei in der zeit funktioniert und existiert nicht vergesst es nicht ciao euer eddie sagt tschüss bis morgen